z z z z bei er hat man denn er hat gestern als jörg erzelt die hinschmeiß da so jach hier dass sie heute nur durch irgendwelche Höhlen durch ich wette wir finden auch noch mehr Diamanten wenn wir gut schauen, aber ich bin grad so viel Redstone ich will's hoffen Alter, ich hab grad mal geguckt, ob Dix so wie noch offen, da sind wir auch noch auf also kein Stress in der Ektik 5 Grad ich achte immer nicht drauf, äh, was in Farbe die Zahlen haben ich schon ich nicht ganz leise lapis, junge lapis lapis lapisa Guras Pizza ja, beers Pizza auf jeden Fall gab es gestern auch wieder gestern gab´s bei uns wieder zwei yba ating k Stamping wir hatten gestern abend zwei bürger 我在 hab je eigentlich für outsınızliche Anfälle formige Pizza ne, eh, Pizzen meine ich ja Toll, meine Freundin war auch noch da Ey, ich bin Deutsch besser als du. Hast du das selbst gesagt? Du hast mir doch deine scheiß Noten gesagt. Nee, gar nicht. Ja, versprechen tust du dich auch immer. Ja, dir auch. Die verspricht sich genauso hardcore wie du. Oh, wasser, 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 wasser. Ich habe in Wasser gefunden. Mach mal ein Waypoint gleich bei der Enderchase, bitte. So, ich habe Wasser gefunden und jetzt habe ich Wasser. Bei Enderchase, du? Nö. Oh, ich habe schon wieder Level 21. Ich bin Level 30 jetzt. Aber da hat eben auch noch was Enchanted, ne? Ja, und? So. Komm, gib mir Diamanten. Ich will Diamanten haben. Ja, ja, ich gib's dir. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Komm zu mir, da hat es Lab ist. Hier können wir wieder gut Diamanten finden. Ich bin auf 14, komm zu mir. Jetzt komm zu mir, verdammte Scheiße. In jedem Fall bist du. Ach da, ich seh dich. Ich seh dich. Hier. Ich bin neben der Lava langgegangen. Ich wollte, ich habe eigentlich nur Kohle abgebaut, dann ist Wasser runtergekommen und Wasser wollte ich eh und dann bin ich geschwommen hoch. Irgendwas. Also erst. Homo Herz. Homo Herz. Äh, Leute, wie bist denn da hin, Willkommen? Hier hoch. Warte, ich komme mal runter. Ach so, da. Hier ist nicht richtig vernünftig ausgeleuchtet, nicht ordnungsgemäß ausgeleuchtet. Ich habe gar keine Fackeln mit Bespachen. Aus Holz und so. Hier ist die Halt, die Halt. Der totale Halt. Der totale Halt. Hier könnten nämlich gut Diamanten sein, dein Lapp ist. Ey, Lapp ist schon wieder so eine Schlucht. Halb. Halb. Ja, das ist so eine Schöne. Hier ist Lapp ist, Junge. Ja, habe ich doch gesagt, da ist Lapp ist. Lapp ist ein Lapp ist ein Lapp ist ein Lapp. Lapp ist ein Lapp ist ein Lapp. 620. Halt ist ein Lapp. Nein, wir sind nicht gestört. Wir sind so wie Justin immer jeden Tag. Hör. 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 Lapp. Hör. 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 Parts mit vor dem Papi mit Gott wie dem Versilten die sind ja eigentlich recht gut angekommen hat noch gute Bewertung und Jo das wünscht mir irgendwie bei jedem LPD Part weil sie einfach lustig sind weil der da dabei ist das ist das ist muss m die Laje die Laje wir haben und übrigens haben wir haben jetzt so lang kann ich habe uns damit gebracht kein Kornik wird auf ein Jahr noch mit dringend nachholen ach nee nächste Woche next week geliebten tun dafür dass wir das gleich noch auf ich bin grad irgendwie aufnahme Marathon fähig ja auf Sex hast du immer Bock das weiß ich auf Sex mit deinem Vater also Sex mit deinem Vater Entschuldigung ich wollte dein Geheimnis nicht verraten weil du den ganzen Tag dein äh du musst jetzt mal überlegen was du denn den ganzen Tag Vögelst dein dein Papagei oder so ich hab nicht mehr Papagei deiner Matta genau deine Mutter hat die auch nicht dann kauf den Papagei dann kannst du auch einen Papagei Vögeln ein Papa geil ein Papagei älter ja den habe ich schon okay ich nicht ich nicht stimmt du hast deine Mutter was ich hab'n Telefon diesmal ausgemacht weil ich grad keinen Bock auf die hab' ja der EOS cool jo so ich hab da oben noch irgendwie ne Höhle ne neu gefunden wie viel schon neuer gefunden weißt du mich wie Eisen ich schon hab' ich brauch die ganze Zeit haben geil ich hab' 39 und ich hab' grad äh alles weggepackt in die Ender Chess lol ey ich hab'ne Schlucht gefunden oh ich bin über dir haha hi ey ähm kennst du das von Shuffle LP ähm bei welchem Au hat er denn angefangen mit Jürgen Tag ach liebe ihr Volksschaft kennst du diese Stelle ich finde die Begrüßung ja voll lustig weiß ich hab mir das schon mal so überlegt so mach's dir das auch mal nachmache du musst jetzt erstmal wieder Shuffle ey nachmachen gaaanz wichtig teach me how to shuffle mhm aber ganz gewichtigt dann weiß ich nehm' irgendwann das gleiche Intro wie er bloß bin ich drüber gehauen freaks IP naja aber du kaufst dir einfach das gleiche denn für alle die es sind noch nicht wie sehne Shuffle IP er hat sein Intro gekauft nicht bei einem Intro machen nein sondern bei einer Internetseite .net. .ok.de .doppel xd und so .uporn und so nur weil du da jeden Tag drauf bist und da zeug ich an meiner Vorhinein dann schaust du dir da erstmal die geilen ähm Stellungen an . . alter Junge . .pick dich .mh 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 du weißt aber dass meine Freundin das hier guckt ne .mh du kannst ja immer einen schönen Gruß da lassen .mh 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 abonnieren, favorisieren ohne YouTube-Kanal. Und das ist auch nicht in seiner Freizeit nur so pervers, nein, aber auch in seinen YouTube-Videos macht er es natürlich. Wenn er nicht gesperrt ist, ist er genauso in seiner Freizeit, wahrscheinlich. Hi, 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 hi. Hatte ich schon hi. Nee, du hattest nur tschüss. Okay, hi, 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 hi. Hatte ich hi schon, hi. Ja, weiß ich. Und, was soll's jetzt tun? Bumsen. Noch mehr Bumsen. The Chronic Kids auf Adiano. Was hast du? Was, The Chronic Kids auf Adiano Bumsen? Nee, lieber nicht. Dem Part, das überlasse ich dir. Machst du dir so gerne. Wolltest du das so gerne? Ich hab Lava gefunden. Ich hab Lava gefunden. Dein Computer Bumsen. Komm her, Tumor. Du Bumst ja so gerne dein Computer, ne? Naja, okay. Komm, immer kleine Taschenrechner raus. Nur weil du einen Dreier zusammen mit deiner Freizeit und deinem Computer hast, kann ich da auch nix für. Entschuldigung. Ich stell mir das grad vor. Oh, ja. Kopfkino-Hashtag. Wo willst du denn beim Computer rein? Wo willst du denn beim Computer rein? Vorne. Sonst lacht. Was für ein Loch denn? Ach so. Ach du Scheiße. Da passt deiner rein? Alter. Oh, nein. Bin schon klein. Ich hab ein großes Laufwerk. Ja. So ein großes, ey. Äh, 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 ja. Wahrscheinlich eines des kleinsten Laufwerks und er fassst den Hort so rein. Ach nee, wir reden ja grad nicht über Piep-Piep. Ach so, über Piep-Piep? Ja, also über, über Piep! Über, was soll das denn jetzt heißen? Was? Was soll das denn jetzt heißen? Alter. Kleine Frage, wo bist du? Nein, 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 nein. Wo bist du? Ah, ich seh deinen Namen. Wirklich Kies war? Hätte ich das auch gesagt. Ich hab grad echt gedacht, dass wir Plasterstein. Shiftest du gerade? Ah, jetzt nicht mehr. Ja, ich baue mich jetzt einfach mal zu dir. Fast abgegrüßt, aber jetzt wirklich gleich mit dem Team. Aber muss jetzt sein, einfach. Shiftest du schon, äh, shiftest du schon wieder? Lava, sorry. Warte, ich shifte jetzt mal. Ja, ich bin gleich bei dir. Du müsstest mich, äh, grad kommen sehen. Von oben. So, also schrieg von oben. Pass auf da, von du, von wo du kommst, das Lava. Passt schon. Glaub ich auch so langsam, dass das passt. Ach, ich muss jetzt erstmal einen Schub trinken. Bis jetzt ist hier noch keine Lava, also passt das. Boah, du scheiß, fuck, fick da Ruhren, Gravel, ja. Offen, öffentlich. Nein, 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 aus. Wollt noch mal eben einmal kurz schauen. Haha, Lava. Ich hab mir einen Kommentar geschrieben, einen netten, lieben Kommentar. Nee, nur der meinte, der TXXX, du sagst Aua, bevor, äh, nee, XTDD, du sagst Aua, bevor der Creeper explodiert. Hä, das ist doch so. Ob so, Creeper steht hinter dir, Aua, boom. Ja, kann passieren. Oh, hi Lava. Ich bin mal kurz auf Facebook grad gegangen, ähm, da hat grad hier mal was gepostet. Auf den privaten oder auf, äh, Facebook? Also auf seiner, auf seiner Fanpage, ich sag dir am Ende wer. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den noch gereicht hab, egal. Auf jeden Fall, ähm. Achso, von, was soll das denn jetzt heißen? Sondern von, ähm, Beat, Beat, Beat of a Statician, Beat, Beat. Achso, von, äh, von hier. Der hat das grad gepostet. Ja, genau. Ähm. ConCrofter, what? Ah, jetzt bin ich ja weg. Geht doch nicht, hab grad gedacht, es hat geklopft. Es hat klopft. Ich muss von dir weg. Du hast ConCrofters, äh, Page geliked. Dann hat der, dann hat der grad ein Bild gepostet. Piep TL. Also, ein wunderschöner Sender, der was gegen Gamer hat. Ähm. Wir helfen so ein... Oh, Alter. Verfickter Worden-Sender, ja. Und dann steht da, wir helfen Kinder, und dann hat da jemand drunter geklebt, zu verblöden. Äh, ist doch auch so. ...dicht zu bauen. Ey, du hast echt Probleme, weißt du das? Ah, der, der ConCrofter geliked hat, ist hier. Warte, da gibt es auch noch, warte. Wie viel gibt es da? 10.000 andere Leute. Nur so wenig. So wenig. Dafür, dass es... Ey, Patrick, komm mal zurück, da oben sind auch Höhlen, die noch nicht ausgeleuchtet sind. Äh, äh. Äh, äh. Ja. Hörst du mal bitte auf? 33 Minuten. Wir könnten jetzt eigentlich mal beenden, dann hätten wir eine Stunde insgesamt. Ich aber nicht. Ich wollte aber eigentlich jetzt, äh, Sekundenkürze von Adiano aufnehmen. Können wir hier eine Tonkarte? So. Dann sagen wir jetzt... Hi! Bis zum nächsten Mal. Wenn Mindjusted-LP keine Macke mehr hat. Und sich hier einbaut. Das wird nie passieren. Mach ich jetzt mal nach. Ja. Ey, du bleibst jetzt hier den Sensor. Junge, ich hab da oben zugebeaut. Ah, hör auf, zu sprengen! Mach auch kurz auf, zu sprengen. Und jetzt war gut. Fakir hier rein. Achso, hier und hier. Und hier noch Fakir da oben vielleicht noch. So. Gut. Dankeschön, wirst du. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!